Hallo Leute, ich mag wieder im Krankenhaus Hemd. Ja, ich lieg wieder selbst im Krankenhaus, auf der Palliativ, aber nur weil es mir psychisch nicht so gut ging, aber es wird langsam wieder. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Zusendungen wegen des Buches bedanken. Ich hab mir jetzt zwei Leute rausgesucht, mit denen ich das schreiben werde und wir sind auch schon mit dem ersten Kapitel fertig, also wenn wer Interesse hat, da schon mal rein zu gucken, dann bitte anschreiben. Dann möchte ich euch noch erzählen, ja, ich schreibe eigentlich den ganzen Tag und lieg hier rum und hab keine Therapien leider, erst wieder Dienstag und Donnerstag. Es ist jetzt halb 10 und ich bin noch immer nicht leer, aber ich sollte schön außen schlafen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, das war mein Gott, ciao.